so dann nehme ich noch da noch ein bisschen was auch für euch war ja jetzt heute abend nicht online also am mittwoch abend nicht ist ein bisschen abgenervt war super spiel zu hause vom eltern sprechtag und damit aber erstmal willkommen zu einer weiteren folge lesbisch auf grenzen mit mir im torsen ich bin heute mal auf dem noch rathaus 10 dorf der wird ja noch länger rathaus 10 bleiben hier der schief war jetzt schon obwohl ich war ich kann ich kann gar nicht sagen war ich länger auf dem noch mehr noch nicht länger auf dem dorf aber ich habe auch noch nicht wirklich viel gemacht ihr seht das hier ich habe mich heute mal bei den spätzes mit so was eingeschlichen denn ich will ein bisschen was mit den event schwein mit euch machen aber vorher ich habe gesagt vorher wollte ich mir eigentlich die queen hochballern da fehlt mir aber auch ein kleines bisschen dunkles ich gucke mal ob das jetzt passt das müsste jetzt aber passen check check einmal 170 ich hoffe ich habe auch ein heldenbuch nicht dass jetzt keins habe doch ich habe noch ein heldenbuch ich dachte gerade ist ja manchmal so weißt du dann dann denkst du so mache ich mal ne mit dem heldenbuch machen war und mit einem hammer haben wir die gleich auf 40 dann haben wir die nicht fertig aber die fertig und ich kann auch keine anderen heldenbücher mehr holen hier mit dem account denn der ist erstmal blanke was was so was so medaillen angeht ist aber nicht so schlimm und ich habe mir jetzt schon ein bisschen was spenden lassen ich habe ja gesagt wir machen so ein bisschen mit der hog rider event armee ich habe heute noch kein angriff hier gemacht das passt ich meine das passt natürlich nicht aber zehn schweine muss ich machen und ich bin im moment so ein bisschen am üben mit gewissen truppen also oder mit mit gewissen armeen denn ich weiß nicht ob das alles immer so funktioniert ja im rathaus 10 bereich vieles muss erst mal antesten genauso wie das mit der kaserne hier also gehen wir mal in den kampf finden ich bin nicht ganz so hoch in der libra die suche dürfte eigentlich nicht ganz so lange dauern wir brauchen dunkles für unseren king denke ich mal denn der muss jetzt zehn level machen hier aber erst mal habe ich jetzt eine sorge weniger nämlich die queen auf level 40 also leute es lohnt sich rathaus 9 durchzumexen und dann auf level 10 zu gehen denn die zehn level die helden level für king und queen sind finde ich dass das das noch mit einfachste hier im spiel vor allen dingen wenn du dann auf zehn gehst und hast schon recht gute helden den nehmen wir mal mit und hast ganz gut er ist ja mal so richtig ausgebrannt hier dass die dass die queen überhaupt noch lebt okay dass die queen überhaupt noch lebt aber den school hier nehmen wir mal mit und ich gucke mal wie wir hier reingehen können ich glaube ganz gut ist von hier queen charge hier rein ich habe nur vier heiler dabei jetzt im rathaus 10 bereich denn ich habe ja nicht ganz so viele truppen ich habe ja nur 240 nicht so wie bei 11 260 oder dann beide bei 12 und 280 oder halt auch bei 13 sondern ich bin hier ein bisschen bisschen begrenzt und wir nehmen mal hier glaube ich unseren auch nieder der der war da doof genommen gerade ich sehe gerade der war ein bisschen doof genommen und wir gucken mal wo unsere mauer brecher hier hingehen okay die geben da und die schaffen es da auch rein jetzt könnte ich hier allerdings zwei magie ersetzen dass das lager da weg geht dass die queen nur in die richtung geht okay da geht es schon mal in die richtung das ist schon mal nicht schlecht und wir haben ja jetzt eigentlich schon alles wir haben jetzt eigentlich schon alles ich muss jetzt nur mal gucken wo setze ich den eigentlich jetzt hier die die kaserne ich habe noch nie mit einer kaserne gespielt im rathaus level 10 bereich noch nie mit einer kaserne gespielt und ich muss jetzt gerade mal überlegen was ich da eigentlich drin habe aber das ist cool da hast du ja noch mal richtig viele viele truppen mehr dass der max kaserne kommt zwölf magie raus dass man mal richtig edel würde ich sagen okay aber hier haben wir schon mal cool gefahren dann können wir glaube ich jetzt von dieser seite gehen wir mal hier mit und unsere queen unsere queen die darf hier nicht sterben unsere queen und das sieht aber noch ganz gut aus unser king darf uns dann natürlich auch nicht verrecken und hier hinten den gift gesetzt ich weiß gar nicht ob ich den gift noch nehmen muss für dieses event für dieses gift event kann sein aber das sieht ganz gut aus also wie gesagt ich habe echt noch nie mit kaserne angegriffen hier soll jeden machen wir mal clean up beziehungsweise hier außen und weiß ich weiß echt nicht wie das so funktioniert aber ich glaube dass das sieht ganz gut aus ich meine okay der war jetzt auch er war abgefahren aber egal erst mal so zum warm werden und zum üben ist glaube ich ganz gut und kann ich euch nur empfehlen also wenn ihr ein kumpel habt oder so der schon so rathaus 13 ist und euch eine kaserne spenden kann übt das ruhig ich habe das jetzt mit meinem großen auch geübt aber ich habe das hier mit den mit den kleineren accounts die ganze zeit noch nicht gemacht und deswegen habe ich mir heute mal gedacht da schnappst du dir mal den schief was mal ein bisschen was und spielt einfach mal so ein zwei runden event hier mit euch dann habt ihr mal wieder so eine inspiration wie man so eine school base hier macht aber ganz gut gemacht hier mit drei sternen und ich wollte auch mit dem so ein kleines bisschen glaube ich boosten glaube ich wollte auch mit dem mal wieder so ein stündchen so ein stündchen hier rein boosten dann können wir die ich glaube die kann ich nicht ganz nachbauen ich weiß gar nicht warum ich jetzt zwei truppen zu wenig habe ich glaube das ist der lucky oder das ist der lucky okay dann gehen wir hier einmal einmal in die schnellausbildung rein schnell ausbilden zauber passen glaube ich so ich denke mal drei wut zwei heil oder andersrum eins das ist ein bisschen doof da das ist zu wenig das müssen wir so machen habe ich jetzt wieder ein ich habe wieder einen nicht genommen glaube ich oder kann das sein ich habe wieder einen nicht genommen ich glaube wir nehmen mal zwei wut und drei heil das kann man natürlich kombinieren längere queen charge oder queen walk oder aber man macht jetzt nicht nicht ganz so viel heil wir machen das mal auf 22 wege würde ich mal sagen wir nehmen einmal mehr gut mit weniger heil und einmal mehr gut weniger heil oder andersrum und fordern das noch mal nach hier hox kaserne gift das üben wir noch mal nach eben mal kurz in hellen reg machen dann machen natürlich noch zwei angreifen hier jo ok ich habe jetzt die suche für euch übersprungen ich habe ein bisschen gebraucht denn ich habe so eine ähnliche base wie meine ja wenigstens gesucht also wir sollten ja wenigstens mal so ein bisschen ein paar infernus haben die auch ein kleines stückchen härter sind und vielleicht dann auch so ein bisschen zu uns passen ich gucke mal 1 2 3 4 1 wir nehmen den coconut hier vorweg und 1 2 3 4 heiler dort ich muss jetzt mal eben mal eben ich muss immer gucken wo ich fahren kann denn das ist manchmal gar nicht mal so einfach aber da sieht schon mal ganz gut aus und ich glaube sogar da sieht das noch ganz gut aus wir sollen mal gucken dass wir so halbwegs in die base reinkommen ein da 1 2 3 4 oh shit 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 oh ich habe meine queen ist da doof gelaufen jetzt sind jetzt kommt meine mauerwehr da nicht rein oder ich habe es mir gedacht ich habe es mir gedacht dann brauchen wir plan b hier dann müssen wir plan b haben dass wir hier irgendwie noch in die base reinkommen ihr habt keine wut mehr shit ich habe keinen wut mehr und da hinten ist die klan burke vielleicht sollte man der auch entgegen kommen oder na ich weiß nicht genau okay da kriege ich jetzt meine queen schon schon argen beschuss und wieso habe ich auch mein ich habe auch gar keinen zweiten gift hier das ist natürlich auch dusselig die queen geht da nicht tot okay das ist doof das ist doof dann müssen wir das irgendwie retten hier pass mal auf dann müssen wir es irgendwie retten hier und hoffen dass wir keine und hoffen dass wir jetzt nicht nur auf irgendwie klar aber die die queen lebt da okay ich habe meine dabei das könnte noch funktionieren das die da drauf geht Oh, Mann, 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 Mann. Ja, Toto Mikro machen schadet nicht. Ich habe jetzt gerade mal wieder die ganze Zeit gelabert. Ja, also ihm schadet nicht, der Angefahr ist nicht so pralle. Ich hatte jetzt keinen zweiten Gift dabei, ich habe ja eigentlich immer zwei Gift dabei. Also die Armee, die war jetzt nicht so gut. Ist aber nicht so schlimm, ich breche den mal eben ab. Aber er war schon ein bisschen realistischer als der vorherige. Nur, warum hatte ich jetzt wieder zwei Gift nicht dabei? Das ist jetzt auch immer eine große Frage. Warum hatte ich nicht zwei Gift? Einen da, einen da, oder habe ich eben nicht lange genug gewartet? Warte mal, lass mal gerade checken. 1, 2, 1, da passt doch irgendwas nicht. Irgendwas passt da doch nicht. 1, 1, das ist in Ordnung da. Wieso kann ich hier jetzt kein Gift mit reinnehmen? Verfügbar, wenn Bau beendet. Ach, ich Horn-Ochse. Ich Horn-Ochse. Okay, vier Tage kein Gift. Jetzt weiß ich es, meine Zauberfabrik ist im Ausbau. Oh Gott, oh Gott. Tut das nicht verpeilt? Nein, ich bin nicht verpeilt. Nein, nein, alles gut. Ich bin überhaupt nicht verpeilt. Ich bin überhaupt nicht verpeilt. Und da habe ich echt gut daran gedacht, dass meine Zauberfabrik ja meine dunkle im Ausbau öffnet. Ich habe mich auch eben schon gewundert, wieso bist du eigentlich rot für Klarkrieg? Okay, kann man mal sehen. Ich habe hier ein bisschen meine Accounts verloren. Also was baut eigentlich, wo sollte ich vielleicht mal vor dem Video reinschauen? Kurzer Rack. Dann machen wir noch einen dritten. Dann müssen wir halt nur mit einem leben. Oder aber wir können was mit Elex machen. Warte mal, wir können ja was mit Elex machen. Wir können ja was mit Elex machen. Das heißt, ich kann ja einen bauen. Ich kann ja einen bauen. Der Friessauber hat ja nur einen. Stimmt. Der hat ja nur einen Platz. Perfekt. So kann es gehen. Danke, Leute. Aber hier habe ich noch den Gift jetzt. Und jetzt haben wir noch den zweiten Gift. Okay. Dann lassen wir mal eben eine Kaserne spenden. Und ich überspringe immer die Suche mit euch. Ich hoffe, das ist ganz okay. Ui, das ist eine richtige CKB. Die Feger stehen optimal, würde ich mal so sagen. Die stehen wirklich gut. Kann man nicht anders sagen. Zumindest. Oh, das ist ein bisschen laut. Zumindest blasen die jetzt gerade nicht meinen Luftballon da weg. Aber der hat auf jeden Fall seinen Zweck erfüllt. Oh nee. Die Mine. Die hat er zwar noch ausgelöst, aber die fliegen jetzt leider woanders hin. Okay. Ist aber nicht so schlimm. Die nehmen wir mit. Denn so ein bisschen Loot oder so ein bisschen Üben. Auch auf solche Dörfer. Das kann alles nicht schaden. Schön mal checken hier. So ein Zweier Inferno. Kein Thema für die Queen. Allerdings für die Heiler auch nicht. Okay. Das lassen wir mal so. Okay. Das lassen wir mal so stehen. Und. Oh, das ist ein frischer. Ich sehe gerade, das ist ein frischer Rathaus 10. Oh ja, ja, ja. Okay. Naja. Was sollen wir da machen? Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Wir nehmen natürlich die Kaserne hier. Auf der Seite. Und meine Queen. Ah, jetzt habe ich natürlich so ein bisschen. Einmal hier so ein. So einen Mauerbrecher antesten hier. Jetzt habe ich natürlich so ein bisschen gerade verpeilt. Jawohl, da gehen die durch. Wunderbar. Und der eine geht da. Ah, der geht da auch noch durch. Okay. Aber meine Queen müsste jetzt eigentlich in der Base bleiben. Denn. Es kann gleich nur nach unten gehen. Ich weiß jetzt nur noch nicht, von wo ich jetzt die Karre setze. Aber ich kann mir vorstellen, wir lassen die hier mal raus. Und. Also jetzt nicht die Karre, sondern die Truppen aus der Karre. So, wir haben keine Clanbruch. Das ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Ja, ich mache sofort. Das ist auch nicht so schlimm. Und. Dann haben wir den Funnel schon mal hergestellt, glaube ich. Und können jetzt hier. Über diese Flanke hier mit unseren. Ah, die Hox. Ich muss die Hox rauskriegen. Komm, 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 komm. Okay, ich kriege die Hox raus. Ich habe auch noch einen Wutzauber. Das kommt noch dazu. Hier halten wir mal durch. Und für die Queen kommt. Macht er mal die Mauerqueen. Ja, das sieht ganz gut aus. Und ich glaube, den haben wir auch noch ganz gut gerockt. Dann kann ich noch einen Wut da nehmen. Ich habe jetzt echt wenig hier verbraucht an Zaubern. Vielleicht ist es doch andersrum besser. Aber ich meine, okay. Ich sage ja immer Hox in Wut. Ist eigentlich nichts. Weil dann sind die nur schneller im Tod. Und mehr eigentlich auch nicht. Mehr eigentlich auch nicht. Aber ich habe jetzt den Gift gespart. Bei meinen nächsten Angriffen habe ich am Frost dabei. Naja, aber so kann man es ganz gut machen. Also spielt das Event ruhig hier mit den Hogridern. Übt vor allen Dingen mit den Hogridern. Rathos 10, egal ob Gohawk oder was auch immer. Macht was mit den Schweinereitern. Die sind unheimlich stark nach wie vor. Auf Rathos 9 und auch auf Rathos 10. Ich mache hier viel mit. Dieses war jetzt mal so ein bisschen. Dann kann man auch mal so ein bisschen üben, denke ich mal. Ruhig ein bisschen ausgeben. Ich meine, die Hogs kosten jetzt im Moment nichts. Und die Heilzauber ja glaube ich auch nicht. Ich gucke mal gerade, was ist im Angebot. Die Hogs sind im Angebot. Und auch der Heilzauber. Also das kostet im Moment ja wirklich minimal. Und deswegen macht das ruhig. Und farmt ruhig ein bisschen. Macht ruhig ein paar Pokale. Und dann machen auch solche Events auch mir. Machen die ultra Spaß. Ich meine, ich mache das jetzt mit den anderen Rathäusern auch. Und muss aber auch zusehen, dass ich hier ein bisschen im Pass weiterkomme. Ich habe eben gesehen, dass man hier auch Mauer machen muss. Und ich verpeile das auch immer gerne wieder. Ich mache jetzt keinen Nachtdorf mit euch. Ich mache keinen Nachtdorf. Aber man kann diese Mauern ja auch mit Ringe machen. Und die zählen glaube ich immer fünf Stück. Da habe ich noch exakt zwei Stück. Und ich habe auch nur drei Mauerringe glaube ich. Ich habe nur drei Stück gehabt. Ich habe nur drei Stück gehabt. Und dann habe ich das Event auch fertig. Naja, okay. Es ist noch ganz gut was zu tun. Die nächsten Dinger kommen schon wieder in zweieinhalb Tagen. Aber ich mache jetzt erstmal dieses Event hier mit ihm hier fertig. Und ich glaube, wir können hier auch im normalen, ah da ist er, wir können auch im normalen Heimatdorf noch was machen. Ne, das will ich nicht. Wir können auch im normalen Heimatdorf noch was machen, was ausbauen. Ich würde sagen, der Feger. Ja, kleine Dinge sind immer wichtig. Wir nehmen den Feger hier in Ausbau. Vier Tage dauert der auch nur. Dann haben wir hier ein bisschen Gold ausgegeben. So passt das ganz gut. Ich hoffe, die Folge hat euch ganz gut gefallen von den Event-Hawks. Mit dem Rathaus 10 hier also. Übt das ruhig. Kasernen ist glaube ich eine gute Wahl. Könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr es anders macht dieses Event. Oder wie ihr dieses Event spielt. Aber ich finde, mit meiner und Hox hier so ein paar Angriffe üben für Klangkicksangriffe, das ist nicht verkehrt. Oder? Ich würde sagen, bis dahin. Vielen lieben Dank. Euer Toto. Flasht. 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 Flasht.